Ja, 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 liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, es ist Sommerurlaubszeit. Und für alle, die arbeiten müssen, zumindest nach Feierabend hier, ne, Badeanstalt, Freibad, See oder was auch immer. Aber wo viel Sonne ist, da gibt es auch Schatten, beziehungsweise es wird Schatten vorausgeworfen. Und da gibt es auch ein Event, das seine Schatten vorauswirft. Und das ist der Hertha-Sebas-Medienpreis 2018, wie immer organisiert von der Deutschen Rheuma-Liga. Ja, ist noch lange hin, ist erst im November, damit will ich euch auch nicht im Sommerurlaub stören oder für alle, die arbeiten müssen, im wohlverdienten Feierabend. Aber man kann zwei Dinge tun, das eine ohne das andere zu lassen, also mitmachen nämlich. Das Thema ist diesmal, klar, ein bisschen was mit Rheuma, wie immer, Rheuma rechtzeitig reagieren. Und der Einsinnestuss, der ist schon bald, deswegen melde ich mich mal hier aus dem Sommerurlaub, denn ich moderiere das Ganze und freue mich sehr auf euch, auf Sie. Also, einfach mal gucken, wer hat was gemacht zum Thema Rheuma, geschrieben, gefilmt, publiziert, in welcher Form auch immer und einsenden. 15.8. Einsendestuss und vielleicht gibt es Ihnen ja dann den Hertha-Sebas-Medienpreis. Und wie und wo das Ganze? Entweder hier, natürlich, oder jetzt gucke ich selber mal in mein Handarchiv, auf rheuma-liga.de slash medienpreis. Einfach mal gucken, habt ihr nicht irgendwas gemacht zum Thema Rheuma? Rechtzeitig reagieren? Ich glaube, das meiste geht. Ladet's hoch, meldet euch und räumt ab. Bis bald. Schönen Sommer. Wir sehen uns im Herbst.